Na? Der hält was aus. Er hat ja auch Magieresistenz. Da werde ich dich halt eben versteinern. Ach du meine Güte, was machen die beiden da unten? Äh, ich würde gerne mal einen auswählen. Das war der Elfenbungalow hier. Und wir haben wieder einen Paladin verloren. Der halt mitten in der gegnerischen Base rumgeeiert ist. Jetzt stören sie da die Games zu, aber ich glaube es nicht. Gut. Oh, sie läuft weg, sehr gut. Das war ein gegnerischer? Ja, das war ein gegnerischer. Ach, die wollen da hinten reparieren. Okay. Oh, ich habe wieder ein Zuhör hier bei mir. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Die hält halt auch gut was aus. Jetzt haut sie Tränke raus. Dich wieder beleben. Genau, Ratten. Sorgt mal hier ordentlich für Stunk. Ja, ich könnte hier komplett einreißen, dann hätte ich da schon mal Ruhe. Also keine Krieger und keine Elfen mehr, die mir auf den Nerv gehen. Was ist an der... Was ist an der Embassy? Ein Gnom. Äh... Select. Wiederbeleben. Das war wieder einer meiner Truiden. Äh, meiner Waldläufer. Truinen gibt's ja keine. Ich kann jetzt helfen, so viele mehr. Vierer ist nicht in den Karten. Refresion. Nein. No one. At all. Das war's an der Atmosphäre. Das war's an der Atmosphäre. Gut, auch so. Ich bin extra. Ich bin extra. Meine Power-Gruppe. Na, die beleben wir mal wieder. Du kommst mir nicht davon. Oh. Hier sieht alles gut aus. Oh, da ist der Gegner etwas... ...angreifslustig. Aha. Das war jetzt allerdings mein Warrior. War eigentlich, wenn ich das hier oben einreiße, dann haben sie keinen Zugriff mehr auf Warrior und auf Elfen. Ja, komm, den Gnom kannst du ruhig ersetzen. Oh, ich habe wieder eine Solary. Ah, wieder die Level 2, ja. Verloren. Oh. Sie ist ganz weg. Das heißt, sie wird gleich ersetzt werden eigentlich. So, der da noch weg. Ein Ranger, der wird nicht lange leben. Auf der Seite ist ein Fervos-Tempel. Hier ist ein Lunort-Tempel. Nicht und es ist wirklich Spaß. Nein, überhaupt nicht. Geheimnis. Ich verabschiede deine Mandaten einfach. Ich bin... ... ... ... ... ... A new hero has arrived at the embassy, my leader. Ach, Herr Jemini. Solarius sind alle gestorben? Noch ein gegnerischer Friedhof. Hat er noch irgendwo eine Warrior Guild? Wenn nicht, soll ich mal langsam gucken, dass ich den Lunort und den Krypto-Tempel auseinandernehme? Weil, wie gesagt, ich kriege keine Nachrichten mehr darüber, wie viel Geld er noch hat. Und ehrlich gesagt, es sieht auch so aus, als ob seine Helden weniger werden. Ah, meine Zwerge haben langsam alle Level 10. So, auf den setze ich mal 3000, dass er schnell wegkommt. Er kann auf jeden Fall seine Leute nicht mehr wiederbenehmen, habe ich das Gefühl. So, du... Solltest auf jeden Fall auch sterben. Ich sehe nämlich zum Beispiel kaum noch Fervus, äh, Leute. Ich sehe hauptsächlich Krypta und Lunort jetzt nur noch, weil die Elfen habe ich ja jetzt vernichtet. Und da kommen noch mehr, die helfen wollen. Ich sehe halt nicht, wen sie da gerade angreifen. Ich sehe halt nicht, wen sie da gerade angreifen. So, sieben. 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 den da anvisieren und die mal auf eis legen was macht der henchman ja das war habe ich ihm jetzt gerade das geld abgeschnitten und deswegen ist er eingekracht das könnte jetzt gut möglich sein war angegriffen habe ich ihn gar nicht okay gut 75 teile war ja das war heftig